Moin Moin liebe Zuschauer, zum X-Tipp Spieltagstipp mal wieder und ich sitze hier mit Juri Braun vom SC Wendorf und wir tippen heute den ganz spannenden zwölften Spieltag der Bezirksliga Ost und wir legen gleich mit der ersten Partie los und die heißt SVNA gegen TSV Glinde. Dein Tipp Juri? Glinde hat zwar eine junge Mannschaft, die sind auch gerade am kommen, aber ich glaube, dass Qualität sich halt irgendwie durchsetzt bei SVNA, Dominik Schindler und Dastin Sigmund werden mal wieder ein, zwei Tore schießen, denke ich, und das Spiel ganz klar drei, 4 zu 0 gewinnen. Also 4 zu 0. Sehr gut. Nächste Partie TUS Hamburg gegen Rahlstedt der SC. Ja, zwei Mannschaften, die irgendwie spielerisch, würde ich sagen, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Moritz Mandl bei Rahlstedt trifft, glaube ich, alles, außer gegen uns, hat er nicht getroffen. Ja, und auf der anderen Seite Marek Smager, Freistoßspezialist mit links, kann glaube ich aus Einlagen treffen, wenn er will. Ich tippe mal ein 2-2. 2-2, das klingt gut. Also zwei Tore Smager, zwei Tore Mandl, das klingt gut. Ja. Nächste Partie TUS Aumüle Wohltorf gegen ETSV Hamburg. Ja, Aumüle, ganz viele natürlich, oder einige Ex-Wenthofer dabei, deswegen drücke ich denen auch irgendwie die Daumen. Ich denke mal, Burak Simsek wird da ein, zwei Tore schießen. 2-0 Aumüle. Und Eugen Dell Neuzugang macht kein Tor? Wenn er denn spielen darf? Wenn er spielen darf und muss man natürlich schauen, ob er dann wirklich genauso körperlich in der Verfassung ist, wie er es bei SV Nettelburg, aller Mühe war. Ja, ich drücke ihm die Daumen, soll er gerne ein Tor machen, aber ich glaube trotzdem 2-0. Ich habe gehört, er sollte auch zu euch beim SC Wendorf, aber wollte er dann nicht anscheinend. Ja, er war beim Training, hat mal mitgemacht, aber danach haben wir auch leider nichts mehr gehört. Nächste Partie Aas vor Hamburg gegen den SC Eilbeek, Topspiel. Topspiel, ja, Eilbeek natürlich mit der Waffe schlechthin vorne im Sturm. Nadolny, ja, er wird wieder sein Tor schießen, so wie er es immer macht. Ich denke mal, wieder ein Unentschieden, vielleicht 1-1. Das wäre gerecht. Nächste Partie SV Börnsen gegen Voran Uhr 2 gegen die ihr letzte Woche verloren habt. Ja, wir haben leider verloren. Uhr hat ein gutes Spiel gemacht, haben dann auch zurecht gewonnen wohl im Endeffekt. Und ich glaube, die werden gegen Börnsen wieder zuschlagen. Und ja, vielleicht ein knappes 1-0 für Uhr. Das wäre eine Überraschung. Kommen wir zur nächsten Partie, SCVM 2 gegen Sternschanze 2. Ja, SCVM mit einem guten Freund von mir, Tim Stickmann. Liebe Grüße auch hier. Ja, Tim Stickmann mit Dassen in Dassenhoff habe ich mit ihm Sturm gespielt. Wir waren immer packende Duelle mit ihm. Ich glaube, er führt seine Truppe zum Sieg. Wünsche ich ihm auf jeden Fall. Und tippe mal ein 3-0 gegen Sternschanze. Nächstes Match in Launburger SV gegen MSV Hamburg. Ja, Launburg, die Mannschaft, die mich irgendwie sehr überrascht hat im negativen Sinne. Ich dachte eigentlich, die spielen oben mit. Und jetzt brauchen die jeden Punkt. Eigentlich eine sympathische Truppe, deswegen gönne ich denen diesmal ein Heimsieg. Und ja, auch ein knappes 1-0 für Launburg. Wäre auch eine Überraschung. Und kommen wir jetzt zur ganz entscheidenden Partie, FSV Geestag gegen den SCVM Tor. Ja, ich hoffe, wir gewinnen das Spiel irgendwie. Wir haben momentan den einen oder anderen Verletzten. Aber wir haben eine super zweite Herren, die uns da aushilft. Da sind einige Leute dabei, die uns auf jeden Fall, ja, irgendwie weiterbringen werden. Und ich hoffe, 2-1. Ilka Tiras. Zweimal. Und dann reicht das auch. Das wünsche ich für euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.